In diesem Tutorial werden wir uns anschauen, wie man den Wert bzw. Grenzwert einer geometrischen Reihe bestimmen kann. Von vornherein noch ein Hinweis, ich werde hier nicht die Grundlagen der geometrischen Reihen betrachten, sondern nach einem kurzen, einführenden Abschnitt werden wir mehrere Beispielaufgaben auf Prüfungsniveau anschauen. Als erstes schauen wir uns eine wichtige Eigenschaft geometrischer Reihen an. Und zwar, eine geometrische Reihe konvergiert für Betrag von x kleiner 1 und es gilt, Summe für n gleich 0 bis unendlich von x hoch n ist das gleiche wie der Grenzwert dieser Summe gegen unendlich und dieser Grenzwert ist in diesem Fall 1 durch 1 minus x. Nicht verzweifeln, ich werde Schritt für Schritt jetzt hier alles erklären. Als erstes diese vielleicht verwirrend dargestellte Information da oben, dass Betrag von x kleiner 1 ist. Damit ist nur gemeint, dass dieser x nur Werte zwischen 0 und 1 annehmen darf. Zweitens, wenn ihr diese Summenzeichen betrachtet, solltet ihr sehen, dass der Startwert bei 0 liegt. Das ist eine wichtige Information bei der allgemeinen Formel, weil, wie wir bei den Beispielaufgaben sehen werden, nicht alle geometrischen Reihen starten bei 0 an. Und drittens, es handelt sich hier um unendliche geometrische Reihen. Das kann man auch sehr leicht erkennen anhand der Tatsache, dass bei der Summe oben das Unendlich-Zeichen steht. Das ist natürlich auch nicht immer der Fall. Es gibt auch ähnliche geometrische Reihen, die ich hier in diesen Tutorialen jetzt nicht betrachten werde. Und man kann das Ganze hier noch ein bisschen kompakter darstellen, und zwar so. Und das wird dann die Formel sein, die wir hauptsächlich bei den Beispielaufgaben verwenden werden. Bevor wir gleich mit den ernsten Beispielaufgaben loslegen, will ich nochmal anhand von zwei kurzen Beispielaufgaben ein paar grundlegende Sachen klären. Und zwar, das ist hier unsere Reihe, und die Aufgabenstelle lautet, bestimmen Sie den Wert der Summe. Natürlich werden wir das mit Hilfe der Formel bestimmen, die wir gerade angesprochen haben. In erster Reihe müssen wir diesen Ausdrucken der Summe so umformen, dass wir das x hoch n erkennen. Das ist eigentlich nichts Kompliziertes. Also, wir haben dann Summe von n gleich 0 bis unendlich. Und das Ganze können wir dann auch als 5 Siebtel hoch n schreiben. Und spätestens jetzt erkennen wir auch das x. x soll 5 Siebtel sein, und damit ist auch diese andere Randbedienung erfüllt, dass Betrag von x zwischen 0 und 1 sein muss. 5 Siebtel ist eine Zahl zwischen 0 und 1. Und jetzt können wir endlich diese Formel rechts anwenden. Also, wir setzen ein und haben dann 1 durch 1 minus 5 Siebtel. Ja, das kann man auch zusammenfassen. Es sind dann 1 durch 1 minus 5 Siebtel sind eigentlich 2 Siebtel. Und 1 durch 2 Siebtel wird der Kehrwert von 2 Siebtel. Das sind natürlich 7 halbe oder 3,5. Bei der zweiten Beispielaufgabe werden wir nur geringfügig diese Summe verändern. Wenn ihr jetzt unten auf den Startwert schaut, solltet ihr erkennen, dass es da an der Stelle eine 2 steht. So, dann stellt sich die Frage, okay, wie gehen wir vor, weil unsere Formel fängt ja bei 0 an. Naja, ganz einfach. Für den Anfang machen wir das gleiche wie vorher. Also, das heißt, wir schreiben wieder dieser Term ein bisschen sauberer hin. Also, wir haben dann Summe von N gleich 2 bis unendlich von 5 Siebtel hoch N. Und jetzt tun wir erstmal so, als würde hier 0 als Startwert stehen. Das bedeutet, wir können die Formel nehmen, die wir da haben. Also, 1 durch 1 minus 5 Siebtel. Das hatten wir auch schon vorher. Aber, jetzt müssen wir die 2 Terme abziehen, die für uns nicht in Frage kommen. Das ist der Term für N gleich 0 und N gleich 1. Die brauchen wir nicht. Also, entsprechend nehmen wir dann unser Summe an und sagen, wir ziehen nochmal 5 Siebtel hoch 0 ab. Das wäre der Term mit N gleich 0. Und außerdem noch 5 Siebtel hoch 1 wird abgezogen. Gut, diesen ersten Term haben wir oben schon ausgerechnet. Das war bei uns 7 halbe. Dann kommt 5 Siebtel hoch 0. Irgendwas hoch 0 ist immer 1. Und 5 Siebtel hoch 1 ist natürlich 5 Siebtel. Also, noch am Ende minus 5 Siebtel. Gut, das müsste man jetzt auf den Hauptnenner bringen. Und damit könnte man auch diese Summe zusammenfassen. Also, der Hauptnenner wäre 14. Entsprechend haben wir dann 49 Vierzehntel, minus 14 Vierzehntel und minus 10 Vierzehntel. Zusammengefasst ergibt das 25 Vierzehntel. Und hier ist unsere erste offizielle Beispielaufgabe. Auch hier möchten wir den Wert der Summe ausrechnen. Und rechts habe ich schon die Formel und die Randbedienung eingeblendet. die unbedingt erfüllt sein muss. Wenn wir jetzt unsere Summenformel betrachten, dann sollten uns zwei Sachen auffallen. In erster Reihe, die Summe startet bei 1 und nicht bei 0. Okay, wir wissen jetzt, wie wir damit umgehen können. Zweitens, unser Term da in der Summe ist noch nicht sauber dargestellt. Und deshalb fangen wir auch eigentlich damit an. Also, ich übernehme die Summe von n gleich 1 bis und n. Und bei dem Zähler kann ich nicht wirklich was verändern, aber bei dem Nenner geht da noch was. Und zwar diese 3 hoch 2 n kann man auch schreiben als 3 hoch 2 alles hoch n. Das sollte eine bekannte Potenzregel sein. So, 3 hoch 2 können wir ausrechnen. Es ist natürlich 9 und deswegen können wir dann entsprechend die Summe auch so hinschreiben. Also von 1 bis unendlich. Von 4 Neuntel in Klammer hoch n. So, und jetzt können wir loslegen mit der Formel. Also, wir setzen 4 Neuntel in die Formel ein. Haben wir 1 durch 1 minus 4 Neuntel. Und dann, weil die Summe bei 1 startet, müssen wir noch diesen einen Term abziehen mit n gleich 0. Also entsprechend haben wir dann minus 4 Neuntel hoch 0. So, jetzt fassen wir das Ganze zusammen. 1 durch 1 minus 4 Neuntel sind entsprechend 1 durch 5 Neuntel. Und dann minus 1. Der Kehrwert von 5 Neuntel ist 9 Fünftel. Minus 1 und 9 Fünftel minus 5 Fünftel sind eigentlich 4 Fünftel. Und das ist der Wert der Summe. Und hier ist unsere nächste Beispielaufgabe. Aufgabenstellung lautet, berechne im Falle der Existenz folgenden Grenzwert. Man kann den Wert dieser Reihe auch als Grenzwert bezeichnen, weil es sich hier um eine unendliche geometrische Reihe handelt. Bei näherem Betrachten sollte euch auffallen, dass die Summe bei 2 anfängt. Und natürlich braucht dieser Term auch einige Umformungen, bis es in die saubere Darstellung kommt. Und damit fangen wir auch an. Wir werden erstmal Zähler und N ein bisschen zerlegen. Das heißt, wir haben immer noch Summe von n gleich 2 bis unendlich. Im Zähler können wir das Ganze auch so schreiben. Nach einer gewissen Potenzregel können wir das zerlegen. 6 hoch n mal 6 hoch 1, beziehungsweise 6. Und genau die gleiche Taktik auch im Nenner. Ich trenne das ein bisschen ab als 2 hoch 3n mal 2 hoch minus 2. Als nächstes sollten wir erstmal ein bisschen die alleinstehenden Zahlen von dieser Terme mit hoch n abtrennen. Und zwar 6 durch 2 hoch minus 2 ist das gleiche wie 6 mal 2 hoch 2. Also 6 mal 4 sind 24. Und dieser konstante Faktor kann man eigentlich auch nach vorne vor der Summe ziehen. Also wir haben dann 24 mal Summe von 6 hoch n durch 2 hoch 3n. Übrigens, das was ich hier gemacht habe mit diesem konstanten Faktor, ist eigentlich eine Regel, die ich jetzt rechts eingeblendet habe. Also konstante Faktoren, die mit mal an den Termen verknüpft sind, darf man immer vor dem Summenzeichen ziehen. Hier müsste ich einfach nur noch das hier übernehmen. Und dann wären wir schon eigentlich beim nächsten Schritt. Also die 24 übernehmen wir eigentlich. Und dann können wir auch dieser Term in der Summe ein bisschen schöner darstellen. Es sind dann 6 durch 2 hoch 3 in Klammer alles hoch n. 2 hoch 3 sind 8. Entsprechend haben wir dann auch 6 durch 8, alles hoch n. Und ich hoffe, es fällt euch auf. Das ist ja auch nicht schlimm, wenn nicht beim ersten Blick. Aber diese Zahlen hier kürzen sich noch ein bisschen weg. Und zwar durch 2. Dann haben wir entsprechend 3 Viertel hier stehen. Also, das ist sozusagen unser x. Und jetzt können wir die Formel anwenden. Die 24 würde ich vorne lassen, dort wo sie ist. Und dann die Summe in eine große Klammer auflösen. Also, ich setze jetzt in dieser Formel hier für x 3 Viertel ein. Entsprechend habe ich dann 1 durch 1 minus 3 Viertel. Und dann müssen wir wieder 2 Terme abziehen. Weil die Summe bei 2 anfängt. Also, wir ziehen einmal 3 Viertel hoch 0 ab. Und nochmal 3 Viertel hoch 1 ab. So, die große Klammer behalten wir vorerst bei. Also, 24 mal. Und im Nenner, 1 minus 3 Viertel sind natürlich 1 Viertel. Und der Kehrwert von 1 Viertel sind selbstverständlich 4. Dann kommt noch 3 Viertel hoch 0. Das sind ja 1. Und minus 3 Viertel. Und das sollte jetzt kein Problem mehr sein, zusammengefasst zu werden. Also, 4 minus 1 sind 3. Dann haben wir entsprechend 3 minus 3 Viertel ergibt 9 Viertel. Und hier kürze ich noch ein bisschen was weg. Und 6 mal 9 sind 54. Das ist unser Grenzwert. Wir sind jetzt bei Beispiel Nummer 3 und das wäre dann die vorletzte Aufgabe. Also, auch hier wollen wir den Wert dieser Reihe bestimmen. Außerdem sieht die Reihe nicht so schön aus wie vorher. Also, die Summe fängt bei 1 an. Und wir müssen diesen Term ein bisschen bearbeiten, bevor wir überhaupt erkennen können, was hier Sache ist. Also, wir haben dann Summe n gleich 1 bis unendlich. Und in erster Reihe sollte euch auffallen, dass es hier zwei Brüche sind, die eigentlich über einen Hauptnenner zusammengefasst werden. Deshalb nehmen wir das Ganze auseinander und schreiben einmal 3 hoch n durch 4 hoch n minus 1. Und dann minus 2 hoch n minus 1 durch 4 hoch n minus 1. Und ja, das bringt euch wahrscheinlich schon auf den nächsten Gedanken. Und zwar, hier stecken eigentlich zwei geometrische Reihen in einem. Dann können wir eine Regel anwenden, die ich jetzt rechts hier eingeblendet habe. Man kann praktisch das Ganze auch in zwei Summen, zwei gleiche Summen zerlegen und sie getrennt voneinander verrechnen. Und genau das werden wir auch machen. Wir haben dann für diesen ersten Term eine Summe von n gleich 1 bis unendlich. Und bei der Gelegenheit können wir auch schon ein bisschen umformen. Also, oben Zähler bleibt 3 hoch n. Und im Nenner haben wir 4 hoch n mal 4 hoch minus 1. Und dann Minus Summe n gleich 1 bis unendlich von 2 hoch n mal 2 hoch minus 1 durch 4 hoch n mal 4 hoch minus 1. Und diese zwei Reihen können wir jetzt getrennt voneinander ausrechnen. Also, erstmal bringe ich noch ein bisschen was in die saubere Form. Dieser 4 hoch minus 1 ist nach oben Zähler gezogen, eigentlich eine 4 hoch 1 oder eine 4. Die können wir auch vor der Summe ziehen. Also, wir haben dann 4 mal Summe n gleich 1 bis unendlich von 3 Viertel hoch n. Und bei der zweiten, auch dort können wir was nach vorne ziehen. Und zwar, wir haben 2 hoch minus 1 durch 4 hoch minus 1. Das ist das gleiche wie 2. Wie 4 geteilt durch 2 sind 2. Auch diese 2 ziehe ich nach vorne vor der Summe. Und dann bleibt nur 2 Viertel hoch n. Und 2 Viertel sind natürlich gekürzt 1 halb hoch n. Und jetzt können wir auf beide dieser Formeln unabhängig voneinander die rechte Formel anwenden. Wir haben dann 4 mal Klammer auf 1 durch 1 minus 3 Viertel. Und aufpassen, die Summe fängt bei 1 an. Also, wir müssen nochmal ein Term abziehen. Und zwar 3 Viertel hoch 0. Und dann minus 2 mal Klammer auf 1 durch 1 minus 1 halb. Und auch hier ziehen wir den ersten Term ab. Das ist ja wieder natürlich 1 halb hoch 0. So, entsprechend können wir das Ganze auch zusammenfassen. 4 mal. 1 minus 3 Viertel sind 1 Viertel. Der Kehrwert von 1 Viertel ist 4. Und hinten haben wir eine minus 1 stehen. 1 und minus 2 mal hier in der Klammer. 1 minus 1 halb sind 1 halb. Der Kehrwert davon ist 2. Und dann haben wir minus 1. Das wird wohl jetzt kein Problem mehr zusammengefasst zu werden. Also, 4 mal 3 haben wir vorne. Und hinten haben wir minus 2 mal 1 sind minus 2. Also, unser Ergebnis lautet 10. Und die letzte Beispielaufgabe ist eigentlich eine kurze Aufgabe. Die Aufgabenstellung lautet, berechnen den Grenzwert der geometrischen Reihe für Betrag von x kleiner 1. Und wenn wir jetzt die Reihe anschauen, okay, die Summe startet bei 0 an. Das ist schon mal sehr gut. Und die Terme, naja, die sehen beim ersten Blick nicht so schön aus. Beziehungsweise müssen wir ein bisschen umformen, bis wir überhaupt erkennen können, dass es sich um eine geometrische Reihe handelt. Genau das machen wir auch am Anfang. Also, wir haben dann entsprechend Summe, k gleich 0 bis unendlich. Denn diesen ersten Term, diesen minus 1 hoch k, lasse ich erstmal in Ruhe. Und das zweite Term schreibe ich erstmal um. Mit einer gewissen Potenzregel, die wir eigentlich schon bei den anderen Beispielaufgaben gesehen haben. Das ist dann x hoch 3 hoch k. Und jetzt kann man das Ganze auch als ein Term zusammenfassen. Also, wir haben es so, k gleich 0 bis unendlich. Klammer auf, minus 1 mal x hoch 3 sind natürlich minus x hoch 3 zusammengefasst und das Ganze hoch k. Und das ist jetzt eine geometrische Reihe. Man kann es ganz gut erkennen vom Aufbau. Und noch ein Hinweis. Jetzt ist auch das hier erfüllt. Also, bei uns ist das x eigentlich dieser x hoch 3 oder minus x hoch 3. Und wenn schon von vornherein steht, dass Betrag von x kleiner als 1 ist, dann wird auch x hoch 3 kleiner als 1. Also, beziehungsweise eine Zahl zwischen 0 und 1 sein. Also, von daher müsst ihr euch keine Sorgen machen. Alles ist gut. Und wir können jetzt die rechte Formel anwenden. Das heißt, wir haben dann einfach 1 durch 1 minus minus x hoch 3. Und das wäre dann natürlich zusammengefasst 1 durch 1 plus x hoch 3. Und das wäre dann unser Grenzwert im Abhängigkeit von diesem x. Zum Schluss noch ein paar Hinweise. In Zusammenhang mit diesem Thema könnt ihr euch noch die endlichen geometrischen Reihen interessieren. Außerdem gibt es noch die allgemeinen Potenzreihen, dann Telo-Reihen und Fourier-Reihen, sowie Grenzwerte und Konvergenz für folgende Reihen. Wenn bedarf, Tutorials zu all dieser Themen findet ihr gleich im Abspann. Und wenn euch dieses Video geholfen hat, vergisst nicht. Ein Like, ein netter Kommentar oder sogar ein Abo kostet nichts.